MDM hat mir ein Set personalisierter Fußmatten geschickt. Du gibst das Modell deines Autos ein und wählst die Oberfläche deines Teppichs selbst aus, einschließlich einen Rand und einer farbigen Naht, um sie an dein Auto anzupassen. Danach werden sie dank all dieser Parameter maßgeschneidert für dein Auto vorgeschnitten. Ich hatte persönlich die weiße Bordüre gewählt, aber das ohne Berücksichtigung der Farbänderung. Ich habe versucht, es in letzter Minute zu ändern, aber es war schon zu spät. Wie auch immer, ich finde die Fußmatten sehr gut verarbeitet. Schau mal, es gibt sogar ein Befestigungssystem, um sie am Original zu befestigen. Für ein Set von Vorfußmatten musst du im Durchschnitt mit 60 Euro rechnen. Aber was ich wirklich fantastisch finde, ist die Personalisierung deines Autoteppichs. Hast du gesehen, du kannst sogar einen kleinen individuellen Text oder sogar ein Logo einfügen. Wie auch immer, das ist das Ergebnis. Wirklich, es ist ein Detail, aber die Tatsache, dass deiner Fußmatten die äußere Farbe abstimmen, finde ich ziemlich amüsant. Gθ'n